Wir werden ein außergewöhnliches Spiel machen müssen, um diesen Gegner in irgendeiner Form Probleme bereiten zu können. Das werden wir als Mannschaft versuchen. Und dann darüber hinaus von den Rängen Unterstützung zu erfahren, wie eben nur Borussia Dortmund aus meiner Sicht dazu in der Lage ist. Das ist einfach auch nicht toll, wenn man in so einer Phase ist, wie wir es gerade sind, mit acht Spielen noch bis zum Vorrundenende und weiß, dass eine englische Woche dann erneut in die nächste Jagd. Und dann hätte man natürlich gerne alle Jungs zur Verfügung. Am spannendsten ist es ja wirklich so, aus einer problematischen Situation heraus, so etwas ganz Spezielles zu fabrizieren. Gefeiert haben wir jetzt auch nicht zu wenig in den letzten Jahren. Und jetzt ist einfach mal, jetzt wird es mal ein bisschen Zeit, dass wir, oder jetzt kriegen wir die Gelegenheit erneut zu lernen, wie es einfach in etwas weniger einfachen Momenten im Fußball dann zugeht. Von uns wird unheimlich viel erwartet. Wir brauchen uns als Borussia Dortmund, als Mannschaft keine Gedanken darüber zu machen, ob irgendjemand Mitleid hat oder denkt, also das ist aber jetzt wirklich hart, wie sie da getroffen wurden. Eigentlich wollte ich sagen, da habe ich ja keinen Prozentpunkt irgendwie frei, um mir darüber Gedanken zu machen. Aber es wäre mir ganz recht, wenn wir uns nicht wahnsinnig mit dem Thema beschäftigen würden, sondern einfach uns auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist, nämlich die Jungs, die hier sind. Ja, grundsätzlich muss man sagen, Frank Ribéry, wenn er nicht spielen kann, fehlt jeder Mannschaft auf diesem Planeten. Das ist definitiv so. Allerdings muss man dann auch sagen, wenn der Ersatzspieler oder der Spieler, der dann anstelle von Frank Ribéry zum Einsatz kommt, möglicherweise Mario Götze ist und dazu Müller und Robben in der Dreierreihe spielen oder wo auch immer. Und Manczukic oder Toni Kroos und so weiter und so fort, dann sind die Probleme erträglich. Ersatzspieler 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 Ersatzspieler